Herzlich Willkommen in der Kita Kreuzecker. Mein Name ist Sarah Setschi, ich bin seit 2013 bei der Stadt Besigham tätig. Ich habe hier meine PIA Ausbildung absolviert und wurde im Anschluss direkt übernommen. Dann habe ich die Möglichkeit erhalten, hier die neue Kita mit zu eröffnen und in dem Prozess der Eröffnung konnte man seine Ideen und Vorstellungen äußern und einfach am Geschehen mitwirken. Die Kitas der Stadt Besigham setzen den Orientierungsplan in Baden-Württemberg im Rahmen der inklusiven Bildung, Erziehung und Betreuung um. Zusätzlich arbeiten die Kitas der Stadt Besigham entweder nach dem Infanzhandlungskonzept oder aber nach den Bildungs- und Lerngeschichten. Die Qualität der Kita stetig weiterzuentwickeln und zu sichern ist für uns Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als auch für den Träger ein großes Anliegen. Ich hoffe, Sie konnten den ersten Eindruck erhalten, der Stadt Besigham als Arbeitgeber. Wir freuen uns auf Verstärkung und sind gespannt auf Ihre Bewerbung.